Weiterleitungen und Fehlerseiten, ein Thema, das SEO ganz stark beeinflusst. Mein Name Philipp Samer, ich bin von der jenemagentischen Webseiten-Argenting.ch. Sie können URLs weiterleiten, damit eben beispielsweise eine Seite, die es nicht mehr gibt, dann auf die Seite weiterleitet, die es noch gibt. Und da gibt es natürlich Seiten, die nicht mehr gefunden werden. Das ist beides ungünstig für die Suchmaschine, denn da hat man einen Fehler, da hat man nicht den Inhalt, den man anzeigen möchte, aber es wird etwas Falsches indexiert. Wie checke ich das nun? Und das ist etwas, das ich Ihnen unbedingt empfehlen würde, dass Sie das am mindesten mal mit Ihrer Startseite kurz durchziehen. Ich bin hier auf Google und suche nach HTTP Server Header. Ich kriege hier eine Serie von Suchresultaten und nehme mir irgendeins mit so einem Checker hier drin. Hier ist noch mal kurz beschrieben, was das Thema ist. Also ich kriege hier den HTTP-Code quasi zurück und kann das eben hier unten checken. Das sind die verschiedenen Codes, die es gibt. Die wichtigsten sind sicher der 200er, das ist das, wenn alles in Ordnung ist. Der 301er, das ist eine permanente Weiterleitung. Der 302er, das ist eine temporäre Weiterleitung. Und der 404er, das ist eben, wenn es knallt und keine Seite kommt. Kurz ganz normal. Seite aufrufen, dann kriege ich hier diesen 202er. Da wird nichts weitergeleitet, diese Seite steht. Ganz wichtig nun aber, dass diese Seite, wenn ich sie ohne www aufrufe, der urähnlich stehen bleibt, sondern auch mit www weitergeleitet wird. Und zwar, und das ist ganz wichtig, mit einem 301er. Das heisst, das ist eine permanente Weiterleitung. Die Seite ohne www, die existiert nicht oder nicht mehr. Kann natürlich auch irgendeine Kampagne oder sowas sein, die da ich in URL verwendet habe, die es nicht mehr gibt. Da muss ich das permanent weiterleiten. Und dann kriege ich hier unten das OK, den 200er Code mit www. Wenn das falsch gemacht wird, wie beispielsweise bei der ZKB, dann habe ich hier das Problem, dass ich mit einem 302er weiterleite. Das ist temporär. Das hat also nichts mehr damit zu tun, dass dieser immer weitergeleitet ist und theoretisch kommt irgendwann wieder einmal diese URL ohne www ins Spiel. Und das ist natürlich nicht das Thema. Das wird keiner wollen, sondern das müsste mit 302 weitergeleitet werden. Das ist ein Fehler, ist für die Suchmaschine ungünstig und wird sicherlich die Positionen negativ beeinflussen können. Wenn ich jetzt schaue, wie das beispielsweise die Migros gemacht hat, die hat gleich zwei solche Weiterleitungen. Einmal 301 auf mit www, das habe ich hier. Dann einmal 301 auf mit DE am Schluss, also auf die Sprache. Und da ist dann das Resultat OK. Das heisst, das ist auch gut gelöst. Ich leite zuerst mit www weiter und dann hier noch auf D, weil ich natürlich mit der wichtigen Sprache daherkomme. Jetzt noch einer, der sicher am ungünstigsten ist, aber eben ein 404er bieten sollte. Das ist, ich nehme hier wieder die ZKB. Sie verzeiht mir das. Wenn ich irgendeinen Schmarrn eingebe, dann müsste hier ein 404er kommen. Das passiert aber nicht. Hier wird mühsam weitergeleitet, temporäre Weiterleitungen auf diese URLs gedirected und am Schluss kommt irgendein Error. Ich mache das Ganze noch kurz mit der Migros. Bei der Migros kriege ich hier diesen 404er Fehler. Und das ist auch gut. Dann habe ich hier mindestens die Gewissheit, dass es diesen URL nicht gibt. Das hier ist dann allerdings falsch gelöst. Das ist ja eigentlich derselbe URL auch mit dem Ansatz hier. Die Seite gibt es eben nicht. Und hier kriege ich keinen 404er Fehler mehr. Das heisst, hier werde ich über diese Mit-WWW-Seite auf die DE- und Startseite weiter. Ein rechtes Zeichen, wenn ich nachher auf die Seite draufkomme, obwohl ich einen falschen URL eingegeben habe. Da müsste ich auf eine Fehlerseite kommen. Da müsste mir klar ersichtlich sein, was das Problem ist. Nicht, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass ich einen falschen URL eingegeben habe. Also ein wichtiges Thema für SEO. Dass man sich das mal kurz anschaut. Geben Sie mal auf so einen Header-Checker drauf. Schauen Sie sich an, wie Sie weitergeleitet haben. Ob Sie es richtig gemacht haben. Das ist eine einfache, kurze Sache. Und dann gegebenenfalls korrigieren. Das macht derjenige, der sich mit dem Server beschäftigt. Das ist nicht etwas, das Sie im Content-Management machen können, sondern das wird serverseitig integriert. Ich würde mich interessieren, ob Sie das schon mal gemacht haben, ob Sie das angeschaut haben, ob es für Ihren überhaupt ein Thema ist. Kommentare, wie immer hier. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Mein Name, Philipp Sauber. Ich bin von der IENEM-Organzium Website-Marketing.ch angeschaut. Ich bin von der IENEM-Organzium.ch angeschaut.